ja hallo diesmal gehe ich mal ins rote team rein ja letzte folge hat doch ganz gut geklappt habe ein bisschen die geräuscheleiter gemacht aber dieser sound der selbst so glaube ich genau dieser ich dachte mir ich wechsle den helm auf ne oder freundlich freundlich wechsle ich vielleicht mal auf c einfach damit ich schneller regeneriere als ich mal den kill nicht bekomme und ja dementsprechend musste ich halt mehr aufpassen dass ich meinen kollegas gut wir nehmen den mal ganz kurz muss ich halt aufpassen dass ich meine kollegas halt nicht lütsche hat er den genutzt das hier angst war okay das freund das feind gut 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 oh volles spiel da ist der bogenschütze erst mal berühre ich die zone jetzt gehe ich hoch und bogenschützen dort ist eng ich mache das schwert kurz und ich mache einen auf olympia lauf hatte wir dir dich geh mal etwas hits so den Bal mechanic habe ich diesmal gestellt und jetzt ja geil das war die zweite runde modhau für durch gold juhu ja das war diese folge modhau bis zum nächsten mal